Hallo, ich muss sagen, als ich den Titel des Buchs das erste Mal gesehen habe, war meine Reaktion eher skeptisch. Da steht, vor dem Gesetz sind nicht alle gleich und ich dachte so, hallo, ja, was ist da dran neu? Das wusste ich schon. Warum soll ich das jetzt lesen? Also, dass arme Teufel vorm Gericht schlechtere Chancen haben als gut situierte oder reiche Menschen, das kennen wir doch aus unzähligen amerikanischen Gerichtsfilmen. Das haben wir uns irgendwie schon immer gedacht. Dann aber beim Lesen stieß ich doch auf sehr, sehr viele Dinge, die mir nicht vorher klar waren und die darauf hindeuten, dass in Deutschland in manchen Punkten die Verhältnisse sogar noch schlimmer sind als die in den USA. Zum Beispiel gibt es hierzulande nur in etwa 10% der Fälle einen Pflichtverteidiger oder eine Pflichtverteidigerin. Und bei kleinen Diebstählen zum Beispiel oder Delikten wie Alkohol am Steuer gibt es diese Unterstützung in den meisten Fällen eben nicht. Und das zu lernen, das tat mir dann doch weh. Um unmisszulernen, musste ich und müssen Sie das Buch von Rohnensteinke lesen. Denn der Rohnensteinke, den ein Fachkollege, Zitat, aktuell den wichtigsten und produktivsten rechtspolitischen Journalisten in Deutschland nennt, der verbringt seine Arbeitszeit nicht nur in Promiprozessen, sondern der nimmt uns auch mit in die Schnellgerichte, in denen überlastete Richterinnen und Richter im Viertelstundentakt über Kleindelikte urteilen. Und auf der Anklagebank dort sitzen Menschen wie zum Beispiel die schwerhörige Rentnerin, die in einem Drogeriemarkt Adventskerzen geklaut hat. Und das Urteil in ihrem Fall sind 40 Tagessätze, das sind zusammengerechnet 800 Euro. Und die muss sie von ihrer monatlichen Rente, das sind 1000 Euro, abstottern. Das ist die eine Seite. Und dann auf der anderen Seite steht ein Fall, der sicher vielen gerade hier im Publikum vertraut sein dürfte, der Dieselskandal, bei dem gegen den damaligen VW-Chef Herbert Diest ermittelt wurde. Das Verfahren wurde dann letztlich, wie Rohnensteinke beschreibt, eingestellt gegen eine hohe Geldsumme von 4,5 Millionen Euro. Und dann denkt man sich erst, das ist doch gerecht, denn das ist 5000 Mal so viel, wie diese Rentnerin dafür bekommen hat, dass sie die Kerzen geklaut hat. Aber, und ich zitiere jetzt kurz, Rohnensteinke schreibt, 4,5 Millionen Euro, das ist selbst für einen Topverdiener wie dies spürbar. Und das soll es auch sein. Für die Volkswagen AG als Ganze dagegen, die im Jahr mehr als 200 Millionen Euro umsetzt, war diese Summe kein Grund für Kopfzerbrechen. Der Konzern verdient so viel Geld statistisch betrachtet alle 10,7 Minuten. Und dann klärt uns Rohnensteinke darüber auf, dass es a. diverse Policen zum Managerschutz gibt, die das abdecken, aber damit noch nicht genug, sondern wir lernen dann auch noch, dass VW die Kosten von der Steuer absetzen kann. Und da komme ich dann auch langsam in so einen Modus, wo ich denke, also im Vergleich ist das alles skandalös. Ich muss aber Ihnen ehrlich sagen, dass mich an diesem Buch eine ganz andere Passage gepackt hat. Und es war keine Passage, wo es um Reich gegen Arm oder um Manager gegen Rentnerinnen ging. Denn wenn ich jetzt ganz schonungslos ehrlich über mich bin, spielt keines dieser Dramen in einer meiner Welten. Weder das von dem Dies noch das von der Rentnerin. Mich erreicht Steinke viel stärker mit einem seiner Verbesserungsvorschläge am Ende des Buches. Vorschlag Nummer 13. Überschrift Bettler endlich, endlich in Ruhe lassen. Ich lese kurz vor. Eine der nervigen Erscheinungen zeitgenössischer Fußgängerzonen sind die kommerziell gedungenen Spendensammler von Welthungerhilfe, World Vision, Save the Children oder anderen Organisationen, die typischerweise in Gruppen auftreten und an einem Abschnitt des Fußwegs eine Art Checkpoint der guten Laune errichten, an dem sie Passanten abpassen. Da sind junge Leute, die wochenweise über eine Agentur angeheuert werden. In der Regel sind sie selbst nicht Mitglieder in der Organisation, für die sie Mitglieder werben. Was schade ist, denn diese Organisationen leisten oft Wertvolles und sie stellen sich einem oft lächelnd in den Weg mit Sätzen wie, hey, kurz mal gestoppt. Und das Interessante ist, Sie wissen es schon, Sie merken es schon, diese Zumutung, diese nervige Zumutung, die ist legal, dafür gibt es nichts. Bettler dagegen, die bekommen Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs, was ja meinetwegen, aber auch Staatsanwaltschaften beschäftigen sich damit, diese Strafanzeigen zu verfolgen. Und das ist der Moment, muss ich sagen, wo mein abgestumpftes Gerechtigkeitsgefühl wieder aufgeweckt wird und dafür danke ich Ronen Steinke. Ein letztes noch. Mit diesem Buch hat Ronen Steinke ja eine große Wirkung gehabt, wie man auch einen Beitrag gesehen hat. Aber ich würde auch gerne daran erinnern, dass er auch als Journalist zu tagesaktuellen Themen arbeitet. Und was wir im Journalismus brauchen, ist mehr solche Journalisten, die einerseits jeden Tag erklären und aufdecken und berichten und andererseits aber in einem besonderen Feld, in einem Feld eine ganz besondere Kompetenz haben, so wie Ronen Steinke in dem Feld der Justiz. Das können meiner Beobachtung nach nur sehr wenige Journalisten. Und dafür müssen wir sie wertschätzen, einerseits mit einem Otto-Brenner-Preis, aber andererseits auch damit, dass wir Zeitungen abonnieren und Bücher kaufen. Danke, lieber Ronen Steinke, dass Sie uns dafür einen sehr guten Grund liefern. Ronen Steinke, kommen Sie zu uns. Herzlichen Glückwunsch, Ronen Steinke, zum ersten Otto-Brenner-Preis. Vielen Dank. Ja, Sie haben ja viel Zeit in Gerichtssälen und auch in Gefängnissen verbracht für die Recherchen zu Ihrem Buch. Sie schreiben, die häufigste Kriminalität in Deutschland ist tatsächlich die Elendskriminalität. Also da werden in der Regel Leute bestraft, die ihr schon gestraft sind, nämlich das sind oft arme Menschen oder auch kranke Menschen und die landen tatsächlich wirklich sehr oft im Gefängnis, weil sie Geldstrafen einfach nicht bezahlen können. Das ist ja erstmal auch logisch, wenn man sagt, eine Geldstrafe zu bezahlen ist keine freie Entscheidung und wenn du die nicht bezahlst, gibt es eine Drohung im Hintergrund. Also das Gesetz sagt, entweder man zahlt die Geldstrafe oder man muss die Tagessätze im Knast absitzen. Aber das Problem ist, das wäre ja fair, wenn es Freche treffen würde. Aber es trifft fast nur schwache Arme, die nicht anders können. Und für die wurde dieses Gesetz niemals gemacht und die trifft es heute in massiver Weise. Man kann sich angucken, wie über die Jahrzehnte die Zahlen derer, die nur wegen nicht gezahlter Geldstrafe ins Gefängnis kommen, langsam hochgeklettert sind. In den 80er Jahren mit erwachsenen Massenarbeitslosigkeit wird es plötzlich eine richtig große Zahl. In den 90er Jahren Wiedervereinigung, noch mehr Arbeitslosigkeit. 2000er Jahre, die Hartz-IV-Gesetze, die dafür sorgen, dass die Menschen, die ohnehin die Ärmsten der Gesellschaft sind, ihren letzten Notgroschen aufbrauchen müssen, bevor sie überhaupt Stütze bekommen. Also dass die Ärmsten weniger Rücklagen haben. Immer mehr Leute scheitern daran, selbst kleine Geldstrafen zu bezahlen, seien es 500 Euro, seien es 600 Euro, die sind ratlos. Wenn du eh schon verschuldet bist, wo sollst du das Geld herzaubern? Und inzwischen, und das ist für mich eigentlich so der Schock gewesen bei der Recherche, weil das überhaupt nicht öffentlich bekannt ist. Inzwischen ist das die häufigste Form der Gefängnisstrafe in Deutschland. Wir haben im Jahr mehr als 50.000 Menschen, die erfahren, was es heißt, in ein Gefängnis zu kommen, deinen Pass abzugeben, deine Klamotten abzugeben, dich unterzuordnen, dich auszuliefern, einem Apparat, der dich total kontrollieren kann. Und das ist eine höhere Zahl als die Zahl derjenigen, die wirklich zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurden. Und ich war in Berlin in einem Gefängnis, da steht man vor einem großen, tristen, bedrückenden Bau aus verwittertem Backstein, also wirklich ein dreckiges Gefängnis, das man keinem Menschen wünscht. Und das ist von oben bis unten nur voll mit Menschen, wo eine Richterin, ein Richter mal gesagt hat, du verdienst es nicht, ins Gefängnis zu kommen. Deine Tat, deine Schuld wiegt nur so gering, dass eine Geldstrafe angemessen ist. Und trotzdem sitzen die da wegen ihrer Armut. Darunter auch, das hat mich besonders geschockt, Menschen, die stark unter psychischen Problemen leiden und sogar Demenzkranke, die wegen kleiner Sachen in Haft geschickt werden. Also man kann es so gar nicht fassen. Also Menschen, die unter Demenz leiden, wo man normalerweise als Jurist sagen würde, dass die Frage der Schuldfähigkeit im Raum steht. Kann man denen überhaupt was vorwerfen, was sie gemacht haben? Oder haben die einfach aufgrund ihres psychischen Leidens so gehandelt? Ganz konkret, ich bin durch das Gefängnis gelaufen in Begleitung einer Sozialarbeiterin und ich habe plötzlich wahrgenommen, dass es gestunken hat. Also nach Toilette. Und ich habe mich gewundert, weil das normalerweise in Gefängnissen eigentlich hygienisch zugeht und habe gefragt, was da los ist. Und dann meinte sie, ja, das sind die Dementen, die sich hier einkoten. Das komme oft vor. Es passiert nämlich häufig in Deutschland, dass demente Menschen desorientiert Angstzustände haben in der Öffentlichkeit, dann den Notruf betätigen, in der U-Bahn zum Beispiel, einfach weil sie eine Panikattacke haben. Was passiert? Dann kommt der Security-Dienst oder vielleicht sogar die Polizei und fragt, was ist hier los? Dann können die da keine richtige Antwort drauf geben. Dann wird geschimpft und dann wird eine Anzeige aufgenommen. Weil Missbrauch von Notrufen ist eine Straftat in Deutschland, die eigentlich fast nur von Menschen mit Panikattacken begangen wird. Weil sonst ist es ja kein Missbrauch. Sonst wäre es ein Gebrauch. Und dann bekommen diese Menschen aber nicht einen Gerichtstermin, wo man sich dann hinsetzen würde oder eine Richterin die Leute angucken würde und sagen, uiuiui, da fällt mir sofort auf, mit Ihnen stimmt was, gesundheitlich nicht, können wir Ihnen helfen. Diese Zeit hat die Justiz nicht. Diese Zeit nimmt sich die Justiz, die unter einem enormen Spardruck steht, nur für die in Anführungszeichen wichtigen, großen Fälle. Für die kleinen, wo ohnehin am Ende, man sagt, kommt nur eine Geldstrafe dabei raus, nimmt man sich diese Zeit nicht. Stattdessen wird den Leuten ein Brief nach Hause geschickt. Das ist völlig legal. Das ist seit Jahrzehnten so vorgesehen. Der Brief nennt sich Strafbefehl. Und in dem Brief steht folgendes drin. Wir haben Anlass zu dem Verdacht, Sie haben das und das begangen und wir schlagen vor, man könnte ja diese Strafe dafür Ihnen geben. Stimmen Sie zu oder nicht. Wenn Sie nicht antworten binnen 14 Tagen, werden wir davon ausgehen, Sie stimmen zu. Demente Menschen antworten dann sehr oft nicht, weil dann niemand vielleicht in der Familie oder im Pflegeheim ist, der auf sowas antworten kann. Die Briefe stapeln sich vielleicht in irgendeinem Briefkasten, wo sich schon eine ganze Menge anderes Zeug stapelt. Und manche haben gar keine Adresse. Manche sind obdachlos, haben gar keine Adresse, es kommt auch noch hinzu. Und dann kriegt die Justiz keine Antwort und dann wird ein Haken hintergemacht. Dann ist das rechtskräftig. Und das bedeutet, man kann auch nicht wieder zurück. Dann haben diese Leute eine Strafe. Ob die da wirklich diese Strafe verdienen oder nicht, ist eine andere Frage. Und auch das ist in Deutschland heute häufiger, dieses briefliche Verfahren, als richtige Termine im Saal, wo man miteinander redet. Eine Folge des Spardrucks. Sie haben gerade gesagt, 50.000 Menschen jedes Jahr kommen in Deutschland ins Gefängnis, weil sie eben eine Geldstrafe nicht bezahlen können. Das ist für diese Menschen grausam und vielleicht auch traumatisierend. Und für den Staat ist das auch, wie Sie schreiben, extrem teuer. Also das ist aus meiner Sicht natürlich nicht das allerstärkste Argument. Also ich würde hoffen, dass wir aus humanitären Gründen das schon für den Skandal halten. Aber für diejenigen, die da noch nicht von überzeugt sind, ja, richtig, ist es sogar ökonomisch ein Irrsinn. Eine Nacht in einem Gefängnis kostet so viel wie eine Nacht im Hilton-Hotel. 150 Euro aufwärts, in manchen Bundesländern auch 200 Euro. Das zahlen wir Steuerzahlerinnen und Steuerzahler und kriegen dafür nichts zurück. Es ist ja nicht so, als ob dann plötzlich ein obdachloser Mensch sagt, okay, dann zahle ich euch die 500 Euro. Man tut dann einfach so, als sei das abgegolten. Das heißt, also ökonomisch ist es ein reines Draufzahlen und es ist auch nicht so, was man ja beim Gefängnis normalerweise sagen könnte, dass die Gesellschaft sicherer wird dadurch. Obdachlose sind ein paar Wochen im Gefängnis. Wenn die danach rauskommen, sind deren soziale Probleme allenfalls größer als vorher. Die Menschen, die vielleicht noch ein bisschen Halt hatten, vielleicht eine Beziehung hatten, vielleicht, es gibt ja auch Leute working poor, ja, die haben sogar eine Arbeit und sind trotzdem auf Hartz-IV-Niveau. Das macht man kaputt mit fünf, sechs Wochen Gefängnis. Kein Arbeitgeber hat für sowas Verständnis, viele Beziehungen gehen zu Bruch. Es hat nur Nachteile und dieses wahnsinnige System, Ersatzfreiheitsstrafe ist das offizielle Wort dafür, ist wirklich ein Skandal, der sich hinter Gefängnismauern abspielt, den ja die meisten Menschen gar nicht sehen, aber der uns dringend, dringend beschäftigen muss. Also ein kompletter Irrsinn, den Sie wirklich da beschreiben. Wie könnte man dem entgegenstehen? Sie haben ja einige Lösungsvorschläge genannt, was ich erfahre, was ich wirklich nicht wusste, dass es in Deutschland noch nicht mal ein Recht auf einen Pflichtverteidiger gibt, wie in ja in vielen anderen Ländern das der Fall ist. Das ist ja auch irre. Also sehe ich auch so. Viele meiner Freunde sind selber Richterinnen und Richter und haben die Wahrnehmung, die ich auch absolut glaube, ich bin doch fair. Es muss nicht zwingend ein Strafverteidiger da sein. Ich achte trotzdem darauf, dass dem Angeklagten nichts Unfaires sozusagen angetan wird. Ich höre mir beide Seiten an. Ich möchte ja möglichst alle Aspekte des Falles kennenlernen. Das ist auch so. Das ist sicherlich das Berufsverständnis der allermeisten Strafrichterinnen und Strafrichter. Das Problem ist, die Dinge, die für einen sprechen, die einen Angeklagten entlasten könnten, die man auf die eine Waagschale legen könnte, woher weiß denn der Laie, was für ihn spricht? Und selbst wenn er eine Ahnung hat, Moment, da war ich vielleicht, habe ich das und das, was für mich spricht, der hat doch Angst. Die allermeisten Menschen, die vor Gericht sitzen und da die Schwarzbekittelten sich gegenüber sehen, sind ja verständlicherweise eingeschüchtert und kriegen den Mund nicht auf und haben auch niemanden auf ihrer Seite, der ihnen mal im Vertrauen kurz, so dass es keiner mitbekommt, sagt, was jetzt sie machen sollten, was sie nicht machen sollten. Und das ist etwas, mir ist bewusst, auch da ist es natürlich eine ökonomische Dimension, wenn man sagen würde, jeder Mensch, der vor Gericht angeklagt wird, hat das Recht ohne Ansehung des Geldbeutels, dass da ein Verteidiger oder ein Verteidiger dabei ist. Klar müsste man da Millionen Euro bereitstellen führen. Und dennoch fordere ich das, weil ich finde, das muss uns klar sein, es ist etwas, was sich Polen leistet. Es ist etwas, was sich Italien leistet. Es ist etwas, was sich Frankreich leistet. Nicht, weil die reicher werden als wir, sondern weil die längst eingesehen haben, dass es eine Voraussetzung dafür ist, dass man überhaupt behaupten kann, man würde faire Strafprozesse machen. Ganz herzlichen Dank, Rone Steinke. Vielen Dank.